Wahrscheinlich kennen Sie das auch, wenn man am iPhone eine Zeit lang nichts macht. Wenn man also den Bildschirm nicht berührt, zum Beispiel während man etwas liest, dann dunkelt der Bildschirm nach einiger Zeit von selbst ab und die Tastensperre am Handy wird aktiviert. Sie sehen, eben ist es schon etwas dunkler geworden. Der Bildschirm wurde also jetzt abgedunkelt und nach ein paar weiteren Sekunden geht der Bildschirm komplett aus, so wie es jetzt passiert ist. Jetzt müssen wir erst wieder hier den Bildschirm aktivieren und müssen auch unseren Code zum Beispiel wieder eingeben, wenn wir einen besitzen. Ich habe einen Fingerabdruck hinterlegt, deswegen ging es bei mir etwas schneller. Aber trotzdem ist es für manche Personen störend, wenn der Bildschirm immer so schnell wieder ausgeht. Sie können dies in den Einstellungen ändern. Ich zeige Ihnen das kurz. Gehen Sie dafür auf die Einstellungen und dann gibt es einen Punkt, der heißt automatische Sperre. Den finden Sie, wenn Sie hier in den Einstellungen etwas weiter nach unten gehen und dann hier auf den Menüpunkt Anzeige und Helligkeit tippen. Und dort sehen Sie dann hier den Menüpunkt automatische Sperre. Und Sie sehen, bei mir waren dort 30 Sekunden eingestellt. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum. Da kann es also schon passieren, dass wenn man einfach nur mal einen längeren Text liest, dass das Handy währenddessen dann schon ausschaltet. Wenn Sie hier einmal antippen, können Sie einen längeren Zeitraum von zum Beispiel zwei Minuten aktivieren. Nie, das würden wir nicht empfehlen, denn dann kann es passieren, wenn Sie das Handy mal zur Seite legen und Sie vergessen von Hand den Bildschirm auszuschalten. Das kann man nämlich hier über den Powerknopf hier auch machen. Dann kann es also passieren, dass das Handy einfach immer die ganze Zeit anbleibt und dann ist ruckzuck der Akku leer oder jemand Fremdes kann das Handy in die Finger bekommen und damit Unfug treiben. Deswegen wählen Sie hier am besten zwei oder drei Minuten aus. Ich mache das mal. Hier sehen Sie, das Häkchen ist gesetzt. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, sehen Sie, zwei Minuten wurde übernommen und jetzt kann ich zwei Minuten lang irgendwas mir auf dem Handy anschauen, bevor der Bildschirm von selbst ausgeschaltet wird. Ich mache das mal.